Arme Vee, alle Männer suchen das Weite. Warum? Naja, sie verschenkt sich einfach. Sie ist sexuell inkontinent. Das war sie schon mit 14. Aber wenn sie den richtigen fände, oder die richtige, ganz egal. Ehrlich. Ich war auch mal lesbisch eine Zeit lang. Aber das war mir alles zu feucht. Männer sind immer schön trocken.